Hallo und willkommen zu einem neuen Replay. So, ähm, this is an expired Replay. Ah, okay. Streamcase is a game I even freeze. Ja, das Ding ist halt, ich dachte, das wäre von morgen gewesen, der Patch war gestern, aber anscheinend kann man jetzt auch alte Replays machen und das war auch nicht so. Okay, mal gucken, was bei Rund kommt. Also, Monte hat mir das geschickt. Monte, wenn das jetzt nicht gemacht hast, weil das ein altes Replay ist und das für uns ist, dann tut mir das leid, aber das ist das Beste, was ich jetzt hinkriegen kann. So, ähm, gestern gab es ein Patch, es gibt aber keine Patch Notes, ja, schon den ganzen Tag nicht. Manchmal brauchen die ein bisschen länger, aber der war ja schon gestern der Patch und da gibt keine Ahnung, was gestern gepatcht wurde. Man kann jetzt wohl bei den Replays die Runden anklicken. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon geht, hier mit den 1-5 Tasten und so, ja, also die Tasten, was ganz witzig ist. Ich habe es leider gespoilert, oder? Also, wir können auch mal hin und her spulen dann daher, das ist ganz nice. Das ist auf jeden Fall ein gutes Feature, auch wenn es unsichtbar ist. Ich habe es jetzt nur erfahren, wenn Monte mir das geschrieben hatte und wäre ich da nie drauf gekommen, dass das geht. Ein ganz wichtiges Feature, weil oft will ich halt nur so die letzte oder vorletzte Runde sehen, um zu sehen, ob ich falsch oder besser hätte machen können. Und dann kann man direkt da hinspringen jetzt im Replay. Also einfach die Nummerntasten drücken, um da hinzukommen. Fliege. So, jetzt haben wir mal auf Spiel konzentriert. Also, Monte ist hier unten im Süden mit Quick-Nachschub und im Norden haben wir den Kepri mit Speed. Schauen wir mal. Aha, aha. Könnt ihr mal aufhören, weiter einfach, was ist das hier? Klickt die diesen Knopf da oben und warum springt das alles so sehr? Ja, jetzt aber, Ordnung. Okay, lass mal analysieren, was da los ist. Also, oben zumindest ist schon ein bisschen problematisch, weil ein Satellit hier an dieser Stelle, die kommen ja gleich hier vorne hin, würde 300 Punkte vernichten. Also ich finde, ein Satellit lohnt sich schon für 200. Ach, wenn ich noch 200, nicht 300. Obwohl, wenn der Mitte hier einschlägt, an der Position, dann sterben beide Sniper wahrscheinlich. Wahrscheinlich könnte man wirklich 300 vernichten. Aber schon für 200 lohnt sich das. Also das halte ich für eine sehr problematische Aufstellung. Das andere Problem, was ich sofort sehe, ist, dass hier genauso ist. Da verliert man 300 Punkte, weil die werden beide hier auf einer Höhe zusammen sein, dass, wenn man hier ankommt, hier Satellit sind die ebenfalls tot. Also man hat sich drei Ecken jetzt hier oben gebastelt, wo ein Satellit das ganze Spiel entscheiden kann. Es ist ja nicht drei Spiel, sondern nur einen. Und das ist die Frage, wo geschildert wird. Das ist ein Risiko, das man nicht braucht als Spieler im Norden, definitiv. Das andere Problem ist, dass das langsame Einheiten sind und dass alle schnelle Einheiten sind. Er hat die ja auch schon vorne dafür hingestellt. Ich hätte die vielleicht noch ein Stück weiter vorne hingestellt dafür. So, andere Seite, das kann man, glaube ich, so machen, weil wenn die so vertikal stehen, Satellit da reingeht, sind wir da hinten keinen Schaden mehr. Das ist halt einer der Vorteile davon. Das ist ein gutes Meat Shield, kann man sicher machen. Die verlieren sowieso den Kampf gegen die Crawler, egal wie die stehen. Und da ist das, glaube ich, ganz solide. Die könnten auch ein Stück weit zu vorne stehen, weil, also meine Erfahrung ist, dass die doch, die sind ja relativ schnell, das ist alles relativ langsam, ne? Und wenn die dann sterben hier vorne, dann haben die die Distanz zwischen diesen beiden hier, ne? Also vielleicht sieht man es so besser. Äh, da, genau. Also jetzt kann ich nicht mehr ziehen, okay? Die Distanz zwischen den beiden, die wird ja dadurch verkürzt, dass der ja quasi noch ein Stück aufholt jetzt am Anfang, ne? Das heißt, wenn die sterben, dann steht der unnötig weit vorne. Und das wollt ihr in aller Regel nicht. Ich hätte weiter hinten hingestellt. In den meisten Fällen ist das ja sowieso so, dass ihr die nur braucht, große Ziele zu bekämpfen. Und dass keiner, der klar war, bei Verstand ist, große Ziele in erster Linie stellt, ist ja auch klar. Von daher standen die weiter vorne mit dem erhöhten Risiko nur und ausschließlich, um einen Caller zu snipen, was natürlich den Geldwert nicht wert ist, ne? So, jetzt hat es ja super funktioniert, weil die halt alle zusammengekommen sind in der Mitte. Ja? Und natürlich die Phönix, die einen Großteil des Wertes ja ausmachen, gegen diese Meter oben eigentlich gar keinen Sinn macht. Klar, das ist jetzt Anfang der Stellung, kann ja nichts führen, ne? Aber dass der Grund, warum das jetzt auf die Fresse bekommen hat, hat jetzt, glaube ich, nichts mit der Aufstellung zu tun. Da kann man einfach nicht viel machen mit, ne? So, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, Monte eben gekauft hat. Ich glaube, er hat sogar einen Phönix eben gekauft, was sehr komisch war, aber ich denke, dass der Gegner mit Kleinvieh angefangen hatte und Marksman, weil Kleinvieh und Marksman sind beides in Kombination, die Hardcounter zu Phönix. Ich glaube, er hat eben einen zweiten Phönix gekauft oder hat den Panzer gekauft. Ich habe mich genau hingeguckt, der hat den Panzer gekauft, der hier unten ist, ne? Insledgedemmer. Er hat wahrscheinlich Modell-Tank-Spam gemacht, aber er wollte ja strategisch spielen, vermutlich mal. So, nächste Runde. Frühes Upgrade mit Marksman und dem hier, habe ich lange nicht mehr gesehen. Das ist ja inzwischen so teuer, dass keiner mehr spielen will. Und da kommt bisher Fang-Spam raus. Ja, kann man machen, muss man nicht machen. Ich halte es für zu früh, weil es die Flexibilität rausnimmt, ne? Die Frage ist halt vielleicht, wer die Phönix besiegt oder die Panzer? Und die besiegen die Panzer nicht so gut, dann hätte man auch Range oder irgendwas anderes ausgeben können. Also das ist zu festgenagelt früh. Westenswarn ist immer gut, ne? Da lenkt man die Gegner mit ab und alles. Für 50 Punkte kann man in der Regel zweimal eine Westenswarn für ein ganzes Spiel holen und dann... Also nicht selten entscheidet der ein Spiel. Für 50 Punkte genau wie die Crawlerswarn oder so, ne? Also das finde ich einfach brutal stark, diese Fähigkeit. Diese Spawn-Dinger mit Crawler und Wespen, da gibt es eigentlich fast nie einen Weg dran vorbei. Sollte man immer nehmen, ja? Immer. Finde ich persönlich. Da gibt es fast nie eine Ausnahme zu, so der Regel. Bei den anderen Spawns, mit dem Schlachtschiff und den Vulken und den Rhino, das ist ein bisschen schickier. Ja. So. Im Moment werden noch keine Dings benutzt. Dann machen wir erstmal das hier. Also diese Karten in aller Regel sind die auch immer sehr viel Geld wert. Ich mache die zwar auch zu selten für meinen persönlichen Geschmack, aber man sollte überlegen, die fast jede Runde zu nehmen, wenn es irgend geht. Ist natürlich gerade bei Items zum Beispiel macht es mehr Sinn, dass ihr auch eine große Einheit habt, die davon profitiert, ja? Also so ein Fang-Game ist jetzt nicht so episch zum Beispiel, aber für den Panzer geht es sicherlich und mit dem Flammenwerfer geht es natürlich auch. So. Die, wie die ja alle stehen, die Marksmen. Also ich weiß schon, wo die Hintenwähler kommen gleich wahrscheinlich die Vulkens dazu, würde ich vermuten. Also früher zumindest die Kombo. Ja, die Vulkens werden dann wahrscheinlich da vorne irgendwo stehen. Also das ist angreifbar durch Adelry. Also sagen wir mal hier, sagen wir mal, Monti hätte jetzt Adelry gespielt. Die ersten Raketen wären halt direkt da drauf gedonnert, auf die Marksmen, ja? Und hätten zeitgleich noch hier die Sachen getötet. Also die Ausstellung, die hier vorne ist, die schreit förmlich danach, gemassagert zu werden von Adelry, ja? Also das ist Katastrophe. Zumal dann Schilder auch jede Runde kaputt gehen würden, wenn man ihn regelmäßig aufbaut. Mit Feuer, Adelry, schützt man auch noch der Rest, der da langsam durchgeht. Also das geht so auf gar keinen Fall, ne? So, deswegen auch mal kurz die Frage, Vulken. Warum musste der Vulken sein? Klar, mit der Range ist sicher nice. Der wird jetzt auch seinen Job machen, wenn man mit kleinen Vieh weg, und der Rest besser kämpfen kann. Gar keine Frage, alles super. Aber Adelry wäre die Hardcounter gewesen, ja? Weil er hat jetzt hier sehr wenig Schaden im Moment, um Schilde wegzuräumen. Der musste Schilde spielen, weil Satellitengefahr besteht. Hier ist ja auch zum Beispiel sogar einer. Ja, also wie er aufgestellt ist, muss er, also guck dich mal die Sehe an. Das sind jetzt hier 400 Punkte, die hier stehen. Einen Satellit hier vorne, der würde 400 Punkte vernichten, ja? Und das wäre links ähnlich. Das heißt, der muss mit Schilden spielen. Das heißt, Vulken sind relativ schwach gegen Schilde, dann tötet er auch nichts mehr da drin. Der Schild muss da sein. Das heißt, da hat er sich jetzt quasi ein Ei mitgelegt, ja? Also da wäre jetzt Adelry massiv stärker gewesen. Und er hat ja keinen Schaden. Also die machen keinen Schaden, die machen keinen Schaden, ja? Das ist alles nicht gut gegen Schilde. Kann das ja trotzdem funktionieren, weil da, wo der mit Flammenwerfer hinhält, sind ja keine Schilde, ja? Aber, also Adelry hätte ich mir viel, viel stärker befunden. Ja, die kleinen Fangs sind auch einfach alle mitgestorben. Also, dass auch das war das falsche Upgrade mit Sicherheit. Und da sieht man halt schon hier, die Marksmen, die machen ja viel der Arbeit. Jetzt müsste man Upgrades ausgeben, die eben in die Situation passen sind. Was immer man denkt, was das ist, was das Nächstes kommt. Und durch die Fangs macht es das unnötig teuer. Aber die Fangs, das war ein Rieseneigentor für die Nordseite. Ja, Smoke, für 100 Punkte. Bedenkt, dass das halt, okay, bei dem Smoke, der muss halt die ganze Linie schilden, sonst hat er zwei Runden lang, ne? Hat er dann weniger Reichweite und dann sind die Marks ziemlich sinnbefreit, wenn die halt den Nahkampf gehen und mit dem Gewehrkolben zuschlagen wollen. Also ich finde den Smoke super, super stark. Deshalb zwei Runden lang für 100 Punkte die gesamte Linie ausschalten und den Gegner zwingen in Schutzschilde. Also ich zurückbringe zu der Idee, da müssen immer noch Schilde kommen wegen der Satellitengefahr. Da führt gar keinen Weg dran vorbei, weil keiner wird den jetzt in die Front stellen, weil dann sofort, also erstmal stehen da eh die Dinge mit Charge-Short-Knall, die den einfach weg wie nix. Und dann, naja, dann Melting Point, Adlerie wisst ihr die Geschichten schon. Also das ist auf jeden Fall, das wird nicht funktionieren, wenn er das da vorne hinstellt. Und selbst wenn das da hinstellt, die Adlerie ist die Counter gegen das so ein Feld ist, gegen das, was kommen könnte und gegen Schilde, die kommen müssen. Also Adlerie wäre immer noch das Stärkste hier im Süden, denke ich. Und wie sagt das da, also das ist in den ersten, zwei, drei Runden relativ stark. Danach wird das in aller Regel geschildert oder die Leute sind teilweise auch tanky genug. Also wenn das jetzt nicht schildert, dann wird es sich wahrscheinlich lohnen. Ein bisschen weiter im Süden, wenn das jetzt hier gestanden hätte, hätte das noch ein paar Crawler mehr erwischt. Also er wird jetzt mehrere davon spammen und wahrscheinlich ein Schild dann dazu packen, wäre mein starker Verdacht. Aber was genau macht er denn dann, wenn jetzt doch der Adlerie spam kommt? Dass er diese große Gefahr, wenn ihr eure Mäh so aufbaut, dass eine Einheit alles gleichzeitig kontert und das macht er gerade hier im Norden. Das ist super, super gefährlich. Und da ist schon die Adlerie. Hast du gerade einen Fang mitgekauft? Okay. Wahrscheinlich für den gegnerischen Melting Point kommt, ich weiß nicht, genau. Ja, jetzt hat er hier das Problem, dass er auf den Flammenwerfer schießt und nicht mehr auf das Kleinfieh, äh, auf den Fortress schießt, nicht mehr auf das Kleinfieh. Er hat das halt dadurch, dass er das Range-Item hat, ist er jetzt nutzlos, der Vulcan. Ja, nutzlos ist vielleicht ein hartes Wort, aber der schießt halt jetzt, er macht halt zu wenig Schaden an dicken Dingern und das Kleinfieh bekämpft er nicht mehr. Dann müssen wir uns überlegen, dass man den sofort verkauft und neu kauft ohne Range-Item. Action. Also ich hatte immer für sehr gefährlich, auf jeden Fall, wenn man einen Giant in erster Linie aufstellt oder zumindest ganz an die Front stellt. Und das ist völlig egal, welcher Giant das ist, das ist immer gefährlich, immer ohne Ausnahme. Früher oder später wird das halt gekontert und das halt nicht so, als ob jemand, sagen wir mal, ein 200er Crawler, für 200 Punkte zwei Crawler kontert, sondern das ist halt ein Giant. Da ist ein Item drauf, der hat vielleicht ein Level, da war der Freischaltkosten drin. Also das ist sehr, sehr gefährlich, solche Geschichten. Wie gesagt, also hier, das Item sabotiert sich den gerade selber und der kann ja davon ausgehen, also ich habe es ja eben selber angesagt, ist ja kein Rocket Science jetzt, dass der die nur holt, wofür auch sonst, um Schilder auszugeben, weil er den Schutz braucht. Von daher kann man den jetzt getrost verkaufen, den Kamerad hier vorne. Einfach Adelrich-Spam und go-go. Die Panzer räumen ja genug weg von dem Zeug da oben. Und der hat ja eigentlich förmlich nichts, was jetzt die Dinger wegräumt, außer vielleicht der da hinten und der überlebt die andere Schüsse ja nicht. Also ich würde den Vulken verkaufen. Warum hast du denn jetzt einen Fortress geholt? Was willst du denn mit dem Freund? Okay. Will das jetzt auch schilden, vermute ich mal. Hier ganz kurz, Flankenschutz. Weder Satelliten noch nichts. Also ab Runde 5 sollte man da ein Auge drauf haben, wenn du ein Satellit hingeht. Das würde ich für beide Seiten eigentlich sagen. Also ich bin nicht ganz sicher, warum der Fortress jetzt sein musste. Ich meine, der hat ja noch nicht mal auf der rechten Seite gestanden, wo er tankt und den bekämpfen würde, sondern auf der linken Seite. Also ich vermute, dass er nächste Runde ein Schild spielen will, aber selbst dann ist die Frage, warum. Weil dann hätte er ja rechts immer noch ein Fortress. Also dann würde er ja eigentlich, ähnlich wie oben, auch die Fortress eine Linie stellen wollen, wie die Schilde die ganze Front abdecken. Das ist ja dann auch nicht der Fall. Zumindest hat er eine zweite Adlerie. Und auch wenn er noch keine Schäden gemacht hat, die Räume als Kleinfie ein bisschen, und die Schilde müssen wir natürlich auch mal räumen. Ich glaube, dass die Adlerie wirklich immer noch die richtige Antwort ist. Also er hat halt mit dem Vulken und dem Fortress hat er halt wirklich keine guten Antworten gegen doppelt so viele Fortress, die abgegradet sind und mit dem Marksman Spam dahinter. Da wird einfach viel mehr vom Gegner jede Runde kommen, als er auseditionen kann hier vorne. Und wieder hat der Flammenwerfer macht ja seinen Job nicht mehr. Also man muss den definitiv verkaufen und also verkaufen, wenn das Item zurückkommt und dann wieder kaufen. Also hier sind wir mal Gums rumgesponnen. Beide Einheiten zur Not sogar verkaufen. Das Item auf den geben, wenn man den wiederhaben will und das Item auf den geben. Und dann kann man die ja neu aufstellen irgendwie mit dem Verkaufspartner. Manche Dinge auch mit dem Biken steuern. Ja, mit dem Biken den nach hinten steuern, wie der Aussatz der Reichweite ist. Und wenn die dann kommen, dann kann er die von hinten flambieren, wenn man nicht verkaufen will. Aber verkaufen würde ich schon machen. So wird das, glaube ich, schmerzhaft. Apropos schmerzhaft. Da kommt die Wespe. Einfach, Wespen kann man, das ist die einzige Fähigkeit, die man mit einem gut platzierten Satelliten auslöschen kann. Die Flanken sind immer noch unglaublich weit auf. Also das ist schon sehr fahrlässig. Spätestens in der Runde 6. Also eigentlich in der Runde 5 muss man schon anfangen. Mit dem einzelnen Satelliten, denke ich. So, beide haben hier irgendwie Interesse an dieser Schildgeschichte. Also auch hier, nur mal laut gedacht, der macht ja nichts mehr, ja? So, den verkaufen. Hier im Melting Point mit dem Laser Sidesinn. Der rasiert die Schilde weg und dann rasiert er die Fortress weg und dann ist das Spiel vorbei. Das Problem ist halt, das kostet halt Freischalten. 100, 200, dann will ich nochmal 200 ausgeben, weil es auch vielleicht ein bisschen viel, aber man muss halt auch sagen, dass der Fortress von vornherein wahrscheinlich keine gute Wahl war. Im besten Fall wäre er gleich aufgegangen mit dem gegnerischen Fortress, der einen Level-Vorteil hat. Der hat ja schon XP gesammelt. Der Vulken hätte mir viel, viel besser gefallen. What the? Raketenabwehr. Spiel ist vorbei. Mon hat gewonnen. Muss man so sagen. Ist natürlich jetzt viermal Raketenabwehr und nur zwei Artillerie. Also Monte hat halt unglücklicherweise noch ein Fortress geholt. Er braucht eigentlich nur Raketen. Also, oder? Man muss die Schilde wegmachen und dann die wegmachen. Das ist alles Schild-Raketen. Hard-Counter sind die Raketen. Da muss einfach Stormcrawler-Spam kommen. Also jetzt vier bis sechs Stormcrawler haben und dann Feuerrate meinetwegen. Vielleicht auch Schaden. Niemals Reichweite, weil das mit dem Crawler-Ege-Kontert wird. Aber, ja, hat er ja auch alles Schönes drin. Also ich hätte wahrscheinlich hier Feuerrate dann genommen. Viermal Adrie, Feuerrate wird das Spiel wahrscheinlich auch gelaufen gewesen. Immer noch kein Flankenschutz. Das ist ein bisschen gefährlich, zumal, also er hat den Vorteil, dass er kompakter steht, deswegen besser kämpft in der Mitte. Und er Gegner hat halt Flankenschutz. Ja, aber das halt wird dadurch eben kein Flankenschutz. Die zweite Wespe. Das macht er, glaube ich, nicht viel da oben jetzt inzwischen. War der eben schon da. Der ist neu, ne? Ja, die sind alle neu. Der will jetzt wirklich Raketen abfangen. Also Raketenabfang gegen Schilde kann man noch so ein bisschen rechtfertigen, weil die flücken genug Raketen raus, dass die Schilde wirklich relativ lange aushalten. Das kann man machen. Ich hätte es jetzt nicht gemacht. Das rechne ich mit drei neuen Mustangs. Da ist keine einzige Luftwaffe zugegen. Der Flammenwerfer, der hat, wie gesagt, keine Darwetschberechtigung mehr. Die Wespen an den Raketen zerbreit. Da hätte er die nur mittig gesetzt. Da hätte er keine zwei Satteliten gebraucht. Da hat er zumindest noch zwei aus, oder? Ja, da kommt der Raketenhagel. Er schießt aber in einem einzelnen Crawler. Ja, ist halt ein Problem, ne? Der steht einfach zu weit vorne und macht nichts mehr. Also wenn er hier hinten stehen würde, selbst mit den Sides da hinten, dann würde alle Crawler, die rankommen, immer wegflambieren schnell, ne? Die jetzt ein Problem waren. Ah, schon vorbei? Okay. Alles klar. Ja, also ich denke, dass das sehr straight forward war. Also der war falsch, der war falsch, der war falsch, das Abgriff war falsch und leider die gesamte Front damit leider auch. Das Beste ist, wenn ihr ein, ich sag mal, faires Duell habt, dass ihr euch was überlegt, wer bei dem fairen Duell, also faire Duell im Sinne von, dass ihr die gleichen Einheiten habt, ne? Überlegt euch, wer den Vorteil haben wird, langfristig. Und dieser Fortress hier zum Beispiel, wir hatten ja nie aufgelevelt, aber der war ja eine Runde vorher auf dem Feld. Man kann davon ausgehen, dass er dann immer Level 2 erreicht, bevor der Level 2 erreicht, eine Runde später holt. Das heißt, langfristig wird man hier wahrscheinlich nie besser abschneiden. Davon abgesehen sind halt diese drei Einheiten an der Front, aber die eigentlich auch, angreifbar durch Melting Points, meinetwegen auch durch Adlerich-Spam oder durch Overlords. Man kann da nicht mehr drauf reagieren, das ist ein sehr heftiges Investment, um nichts mehr gegen tun zu können. Und ich würde dann auch einfach mal sagen, keine Skrupel haben, einfach verkaufen, ne? Den verkaufen, die Adlerich verdoppeln, Upgrade ausgeben und Spaß haben, dann geht das. Aber die Flanken, also das wäre auf jeden Fall auch, spätestens hier, der das Spiel verloren gehabt, hätte der Gegner mal eine Flanke, der hingesetzt. Gerade bei Runde 6, das war ja Finisher-Runde, hätte der eigentlich eine Flanke setzen müssen, hier im Norden. Das war sehr fahrlässig. Und keine Angst haben vor dem Adlerich-Ding, also wenn er Anti-Adlerich, das funktioniert nicht. Also, ihr macht einfach Adlerie holen und dann doppelte Feuerrate. Ist kein Problem, dann alles kaputt zu schießen. Das geht immer noch ohne Probleme. Ja, das wäre auf jeden Fall die Geschichte. Also, ein, glaube ich, eins dieser Standardprobleme, wo ich halt auch noch früher, also ich würde heute noch in die Falle ein bisschen tappen manchmal. Also es ist ganz simpel, so als Grund-Daumen-Regel könnt ihr nehmen, wenn ihr den Giant an die Front stellt, dann könnt ihr direkt GG eintippen und rausgehen. So als Grundregel, da seid ihr, glaube ich, gut beraten. So, ich bin weg für heute. Ciao, ciao. Ciao.